Badoo, der Enkel des Elefantenkönigs Babar und seine Freunde lieben das Abenteuer. Doch leider sind nicht immer alle Freunde auffindbar. Damit die großen Abenteuer beginnen können, helfen die Spieler, Badoo seine fehlenden Freunde schnell zu finden. Beim Kartenspiel Babar und die Abenteuer von Badoo geht es darum, möglichst schnell seine Karten loszuwerden. Für die unterschiedlichen Abenteuer werden unterschiedliche Freunde benötigt. Die verstecken sich unter dem Kartenstapel des Spielers. Je schneller er die passenden Freunde findet, umso kleiner wird sein Kartenstapel. Doch unter dem Stapel verbergen sich auch Aktionskarten. So muss ein beliebiger Mitspieler eine Pause machen oder ein Freund darf mehrfach gespielt werden. Doch Achtung, wer eine falsche Freundeskarte in die Tischmitte legt, muss zur Strafe alle ausliegenden Karten auf seinen Stapel zurücknehmen. Babar und die Abenteuer von Badoo – ein spannendes und schnelles Spiel rund um Freundschaft. Natürlich von Hooch & Friends.